Wie machen wir das denn, wir zwei beiden? Ich bin natürlich... So, das ist auf jeden Fall keine gute Lösung. Für niemanden. Der steht wieder auf. Komisch. Ebenso gut funktioniert. Gut, das war ein bisschen leiser diesmal. Hier sind mehrere Hunde. Gefällt mir natürlich auch gar nicht. Shit, 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 shit. Ja, zwei ist mir aber nicht ausreichend. Ja, das sieht schon besser aus. Wieso treffe ich den scheiß Köter nicht? Zieh ich drüber weg oder was? Das ist ja zu klein. Unglaublich. Und nochmal das Ganze. Ja. Ach, scheiße, da ist noch ein Köter drin. Natürlich ist da noch ein Köter drin. Ah, ha, 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 ha. So. Nee, mach dich lieber hier. Ach. Hat die Fensterscheiben nicht gesehen. So, also Fensterscheiben nicht vergessen. Leere Waffe nicht aufnehmen. Das Ganze richtig machen. Das Ganze richtig machen. Und Pauz. Nein, 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 nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaub's ja nicht. Doch, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt krieg ich euch. Oder auch nicht. Ich dürfe natürlich nicht mehr von der... ...dürfe nicht die Tür ins Gesicht kriegen, sonst stehen sie wieder auf. Oh Gott. Das sieht so gefährlich aus. So. Okay. Das sieht gut aus. Das hat er wieder nicht bemerkt. Nein! 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 Meine Fresse. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwierig. Ich hab das falsche Gewehr genommen. Scheiße. Hm. Ach ja, so ist das nun mal. Hatte er keinen, das ist natürlich durchaus praktisch, wenn er keine Muni mehr hat. Oh Gott! Nein! Okay, ganz, ganz konzentriert. Ganz konzentriert jetzt. Das ist nicht konzentriert. Auch nicht konzentriert. Auch nicht konzentriert. Auch nicht konzentriert. Es ist nicht unmöglich. Nee, 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 zwei will ich nicht. Okay. Oh, oh nein. Wo kommt er denn her? Sag mal, er war doch vorher noch nicht da. Und die ganzen Leute? Was ist denn da los? Nur sechs Schuss? Aha. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, dass jetzt plötzlich so viel mehr angerannt kommen. Echt nur sechs Schuss. Das hab ich ja nicht erfunden. Das ist ja reell so. Ich hab noch eins. Komm schon. Das ging ja schon mal ganz gut. Das aber nicht. So, das sind die drei. Natürlich nicht so viel. Verdammt noch eins. Das ist eigentlich genau die Waffe, die ich haben wollte dafür. Du bist ja vielleicht einfach mal auch mal. Einfach mal die richtige Waffe auswählen für den Anfang schon. Da. Jetzt ist die Frage, geht's da vielleicht sogar noch besser? Aus irgendeinem Grund. πως powerosten. Bei dir su autour,ającor. Das wird ich neulassen. Platt kriegen tut mich ja jeder. Tolle Sache So, und zack, und zack Und da kommt der Hund Und da kommen die beiden Und jetzt müssen sie alle tot sein Tja, vielleicht ist das aber tatsächlich der beste Weg Die da auch nochmal rauszulocken Weil, also Deutlich unberechenbarer sind natürlich die Hunde Scheiß, noch eins Hätte ich da natürlich drauf kommen können, so Und da fängt er wieder von vorne an So Jetzt komm mal an Ich bin mal gespannt, ob ich mit dem Samurai-Schwert ein bisschen mehr Erreichen kann Nee Gar nix Kriege ich keine Seele mit Blatt Kriege ich niemanden seines Lebens beraubt damit Das läuft erst rein So Komm ran Toll Dann haben wir noch so lange gewartet Hätte man hier natürlich eiskalt abmuxen können Und diese Musik, ey Das macht einen so fertig, dieses Spiel Und diese dezente Gewalt-Darstellung Ist natürlich Okay Zero from six rounds Wenn ich jetzt hier durchrenne Dann machen die mich doch sofort Heute Und ich Wollt keine Illusionen machen So funktioniert das auch nicht Präventivschlag Präventivschlag So Aber jetzt Oder? Was? Äh Das muss erstmal kapieren Nee So nicht Nicht schon den ersten Schlag verballern hier So Hier liegen jetzt natürlich wirklich relativ viele Waffen rum Können ich alle gebrauchen Er ist hinüber Oh Er kommt dann sofort angerannt Das verstehe ich nicht So Machen wir es mal so Damit ich den nämlich nicht treffe Ach Ja Das macht mich schon kalt hier Tür Tür auf Den kann ich auch nicht messern Den Hund Das ist schade Und die kann ich nicht erschießen Aus irgendeinem Grund Alter Schwede Ich kriege nochmal Kotzkrämpfe So Jetzt aber Ich schnauze voll von euch Toll Toll Ich bin so ein Vollhonk Toll Ich bin so ein Vollhonk Und wenn es Und wenn es Das ist ja jetzt Das Das Gaga Der Gaga Mäh Spruch Aber Wenn es das Letzte ist Was ich tue Die sind Die sind alle wieder wach Ist ja klar Die habe ich auch mit der Tür Umgefegt Da tänzelt der Hund Ein bisschen um mich herum Das war ein bisschen Missgeschick Ein Missgeschick Mit der Tür Hier So Es reicht immer genau nicht Was ich Ammunition Da habe Ja toll So Gut Das war schon mal nicht schlecht Das war auch okay